hey was geht ab youtube herzlich willkommen zu einem neuen projekt und zwar let's play pämela schön dass eingeschaltet habt und mit mir hier zusammen das kleine hübsche neue spiel antestet pämela ist ein early access titel und ja es ist ein abenteuer action spiel mit horror und servilelementen sagen wir es mal so das ganze spielt in einer stadt namens eden und ja wir wachen da irgendwo in einer klinik auf und dort ist eine ki namens pämela und wir müssen überleben so und wir drücken einmal einen key so continue new game credits options quit und ja wir schauen einfach mal rein wie gesagt early access titel am 9 märz ist das erschienen entwickler und publisher sind and by studios und das ganze sein in die titel bin mal gespannt was ist schon alles kann es sind auch schon ein paar patche gekommen da lief am anfang wirklich lief es wie grütze und mal schauen wie weit es jetzt ist und ja wir schauen rein sagen jockey das ganze ist auf englisch mit englischen untertiteln ob eine deutsche synchronisation oder deutsche folgen werden kann ich leider noch nicht sagen dieser ist es ist ein early access titel und ja müssen wir schauen inwieweit da was hinterher kommt so was haben wir jetzt hier geht geht schauen wir mal wie lange das laden dauert ansonsten gibt es hier einen kurzen cut so da sind wir zurück es lädt immer noch es sind jetzt gute sieben acht minuten vergangen das erste laden dauert sehr sehr lange und ja ich denke mit den nächsten patches wird auch das optimiert werden so wir hören wieder musik nur das fließt ab und zu jetzt noch signal e to interact ok ja wir haben einen punkt und einen kreis der kreis ist unsere ausdauer wenn wir sprinten hold e for advanced interactions ok grafisch sieht es nicht so schlecht aus tab was hat es hold e to scan ok was macht es space ist springen w sad steuerung ganz normal ausrad können wir nichts machen so da haben wir unseren scanner mit er holen wir den raus und mit er packen hinweg und wenn wir er gedrückt halten dann kennen wir auch so und dann geht es natürlich hier luten so und dann mit wahrscheinlich hier wohl da haben wir was drin so und dann geht es mal alles mitnehmen und menü schließen so ja wir sind ja aufgewacht in unserer cryokammer hier ist was woher können wir ok ein heck spiel jawohl offen ok was haben wir hier medic hypo plus plus so typ medical heels fast with searing heat heels plus ok nehmen wir erstmal mit open inventory genau da ist das drin ok wir schauen mal ob es hier noch mehr zu finden gibt und was haben wir hier denn oh und noch mal was zum hacken schauen wir mal medium sagte jawohl auch offen und wir schauen rein was haben wir denn hier emergency lamp buildable und powered bei jens mit high energy ok einfach eine lampe die wir dann aufstellen können wenn wir energie haben habe ich jetzt erstmal aufgenommen und wir genau so und jetzt können wir mit dem mausrad tab ist das quasi ja wie heißt es sagen wir mal der opa der überreiter des inventars wir haben ein datapad wir haben eine map wir haben unseren status klick und wir haben ein inventar so sieht das ganze aus wir können sachen usen fallen lassen und so weiter und das sind unsere waffen slots mehr oder weniger werkzeuge waffen slots und power und hast nicht gesehen upgrade prozess ok hier können wir dann hinterher später alles machen upgraden und so weiter und so weiter und alles platzieren so wir schauen uns weiter um haben wir hier noch mehr da ist nichts mit drinnen sonst haben wir hier auch nichts requise cryo core ok welches unser grobes ziel ist weiß ich leider auch nicht ok ja dann gehen wir hier mal raus auf f haben wir ein flashlight aber es heilt gehen wir hier rein können hier überall reinschauen da ist nichts drin hier haben wir was was haben wir denn hier schönes nutra cube was auch immer das ist nehmen wir mal mit da ist nichts drin ja angenehmes futuristisches setting gesagt die stadt heißt eden oder new eden ich weiß es gar nicht ich glaube eden heißt die stadt und irgendwas ist hier passiert wir sind aus der cryo kammer aufgewacht und so hier ist zu und wissen nicht was los ist und hier soll eine ki sein namens pamela so viel weiß ich und weiter weiß ich nichts und wir können noch mal hacken schauen wir mal easy sagte so das haben wir auch geschafft dann können wir reinschauen was haben wir denn hier wir haben die storage upgrade ok morphin spritze zack sagen wir schauen einmal ins inventar so use ahja wir haben storage upgrade sehr schön was ist das nutra cube food food ist das alles klar das können wir essen sehr schön sehr schön und aus x das ist jetzt leer alles klar okay dann suchen wir weiter was wir hier so schönes finden waren wir hier gerade drin ab und zu leckt es mal so da ist nichts mal schauen ob wir hier irgendwo was brauchbares finden da ist nichts aber hier ist was bubbly soda ok das nehmen wir mit essen trinken ist sehr wichtig ok sonst ist ja nichts wir schauen uns weiter um so da waren wir drin da waren wir drin wir schauen mal weiter schauen uns jeden raum an hier da ist nichts drin schade hier liegt was lux 61 lux ist übrigens eine währung da kann man später tauschen oder sich aus dem automaten sachen ziehen zum überleben schauen was wir noch haben laptop womit wir nichts machen können schade in den medic boxen ist nichts drin ok wir schauen hier hinten ob noch was ist auf schiff können wir laufen und wie gesehen der kreis nimmt dann ab das ist unsere unsere ausdauer sozusagen machen wir doch nicht ok f lassen wir an und r holen wir raus so dann schauen wir uns weiter um oha what's that keine ahnung und da ist noch jemand hallo sie ist nicht so gesund aus wie die aussieht wie die aussieht hammer ähm ok wir schauen uns weiter um sehr suspekt sehr suspekt genau wir gehen hier rein ok einmal nichts ok da hinten vielleicht den können wir noch scannen aber auch nichts drin ok ok noch einer alter was ist hier passiert da haben wir was was haben wir denn hier ham sandwich ok da ist nichts ihr seht komisch aus was seid ihr seid ihr eingefroren puppen zombies was seid ihr alter aber hier haben wir auch noch was hat was gepiept ok da können wir hacken jawohl und wir schauen rein oh was haben wir denn da security helm und auf wiki storage upgrade sehr schön pickup und wir schauen ins inventar jawohl storage upgrade sehr schön müssen einmal schauen press t to switch weapon sowas t achso achso alles klar wir haben verschiedene auswahlmöglichkeiten haben wir sonst noch was sonst noch was sonst noch was sonst noch was nein ok wir lassen den mal da ok wir schauen weiter da ist was drin was haben wir hier luchs jawohl so und du bist was ich möchte sie broadcast kirsten offische barbaba blablabla blablabla ok einfach nur eine notiz sonst haben wir hier nichts sonst haben wir hier nichts ok was coffee und da können wir noch was scannen und wir müssen schon wieder hacken easy sagt er ok zack 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 und zack ok haben wir hier eine energiezelle typ ammo ok pick up ok einmal kurz ins inventar status ok wir haben hunger und durst wir müssen was essen und was hier so drin ist keine ahnung das sieht aus wie ein apfel ok das werden rationen sein essen das kostet uns geld was wir hier finden gut dann werden wir einmal essen inventory wir hauen uns das sandwich rein und hier was haben wir hier bubble soda das knallen wir uns auch rein wie kann man denn sachen drehen sachen ziehen kann man offenbar nicht mittlere maustaste auch nicht drop ne drop wollen wir natürlich nicht keine ahnung ich weiß nicht wie man sachen zieht keine ahnung das ist das menü so ausschließen wir schauen weiter so zack oha was ist mit euch passiert ey sehr gut shoot pylon den nehmen wir mit ähm ok da hätte ich wohl nicht sein sollen alles klar was ist hier mit euch passiert alles sehr merkwürdig das scheint hier die lobby zu sein da ist nichts drin noch mehr luchs noch mehr luchs noch mehr luchs hier ist was drin oh was haben wir denn hier neutral drink ok ansonsten nichts das sind die toiletten spiegelbild haben wir nicht ok was gibt es hier nichts drin schade da kommen wir auch nicht rein möchte man glaube ich auch nicht so da ist zu hier ist die männer toilette ok einmal nix auch zweimal nix ok wir schauen uns weiter um ok waiting room patient area wir schauen mal was hier noch so rumliegt energiezelle energiezelle ja nicht f hier da ist was drin was haben wir hier einer bar food ok pick up da komme ich dahinter hallo äh ich hätte gerne Schlüssel zu meinem zimmer hallo ok da komme ich nicht rein da ist zu schade und rüber springen springen klappt nicht wir schauen ob wir da hinten rein kommen ok ist mir sehr suspekt alles so ruhig hier ne nix drin hier ist auch zu ok dann scannen wir hier die apparater garrison da ist nichts drin nischt 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 aufmachen kann ich das auch nicht hier durch komme ich auch nicht schade kommt man nicht hinein hier hinten waren wir und was haben wir denn hier okay das war Pamela sogenannte echoes das ist irgendwelche aufzeichnung von ihr so jetzt die frage wo waren wir von hier sind wir gekommen okay da hinten war nichts kommen wir hier noch weiter genau von hier sind wir gekommen okay okay dann sind wir da lang gegangen da waren wir überall hier geht es nicht weiter dann dann schauen wir hier weiter kurzer leck was sagen wir hier berry juice sehr schön hier geht es auch nicht weiter da ist nischt aber hier liegt noch mal lux alles mitnehmen was haben wir da denn da ist nichts drin was piept denn immer noch einmal aufgucken hier status okay essen wird schon wieder wenig okay das meldet sich immer alles klar ich könnte nochmal schauen ne was war das ach jetzt kann ich es auch hin und her schieben okay alles klar gut so das essen wir mal ach 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 Vielen Dank. Es ist auch ein bisschen aufgeräumt, dass wir hier noch ein bisschen was reinkriegen. Wir haben eine Lampe und wir haben ein Schildpylon. Okay, wir brauchen noch einiges mehr. Was war das? Das war Medik und das war Wodka. Wodka kann man trinken oder bestimmt später tauschen, wenn man andere Leute findet. Ich hoffe, man findet hier andere Leute, andere Überlebende. Ich kann doch nicht sein, dass ich hier der Einzige bin oder was? Ihr seht merkwürdig aus. Mein Gott. Also atmosphärisch hat das auf jeden Fall was. Ich höre Stimmen. Da ist nichts drin. Ich höre Stimmen. Hört ihr das auch? Wein. Easy. Okay, was haben wir hier? Storage Upgrade. Pickup. Okay. Left Button to Attack. Alles klar. Left Alt to Block. Alt, okay. Ah, klar. Hold Space. und Direction to Dodge. Okay. Ach du Kacke. Alter. Komm. Alter, was ist das? Wie geht nicht mit dir? Avocado Pickup. Avocado Pickup. Avocado Pickup. Alter Schwede. Bist du jetzt down oder was? Ich hoffe es. Wie die aussieht. Okay, das sind die Mutierten. Oder Zombies. Oder was auch immer das ist. Adrenalin Hypo. Squirt Biscuit. Squirt Biscuit. Pickup Use. Und dann essen wir das doch direkt. Nix drin. Energy Cell. Wie sieht es denn aus? Status. Max Hellz 100 Punkte. Max Energy 100 Punkte. Max Fettigo 100 Points. 0% Speed. 0% Luck. Okay. Kann man hier auch ran zoomen? Nee, geht nicht. Bababababababababababababab. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Helm. Das ist schon mal gut. Und trinken geht es uns gut. Essen sind wir voll. Wir suchen weiter. Ich höre schon wieder so einen Freak da hinten. Okay, er hat uns noch nicht bemerkt. Schlagen kostet uns auch Energie. Vielleicht ganz wichtig zu wissen. Und die kann ich nicht reinschauen. Schade. Okay. Okay, was haben wir hier? Water Bottle. Trinken wir gleich. Dann sind wir auch damit voll. Okay. Wir schauen weiter. Lalalala. Wir sind schon bei fast 40 Minuten Energiezellen. Okay. Okay. Da, 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 da. Wir müssen hier dringend aufräumen. Wie können wir das denn drehen? Ähm. Also. Okay. Let's take a City. Okay. We jaar vor Rabab şöyle. Ich höre vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Ich mache so einen kleinen Becken. Okay. ähm, nein können das irgendwie drehen, das weiß ich ah, hier, zack so storage upgrade plopp so passt das, jetzt schauen wir hier nochmal rein nehmen wir hier auf jeden Fall die Energiezelle mit zack, jawohl so oha Heels, äh, fast with server, ba-bam, okay ähm, tab können wir das noch mitnehmen ne, wir sind voll wir sind voll, wir sind voll, wir sind voll, wir sind voll wie sieht's denn, ähm, wie sieht's denn, ähm, ähm, statustechnisch aus wir haben, wir haben, ja, wir sind eigentlich, okay, wir wissen, dann haben wir hier hinten noch Medical, alles klar so, was haben wir hier, was haben wir hier, was haben wir hier, ein Antilly und ein, Antilly, okay okay, okay okay, das können wir noch nicht nehmen, ähm, dabei, 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 wir werden hier mal eben was rein tun So. Was kann da bleiben? Einmal kurz raus und dann gehen wir ins Inventar. Das ist leider ein bisschen umständlich. Jawoll, das kommt da rein. Okay, das können wir noch nicht. Nehmen wir das mal raus und das. Okay, was macht denn das? Was ist das? Als Gadget, da kommt das rein. Alles klar und das kommt da rein. Dann haben wir auch Platz. Was macht das denn genau? Symbolik, Merchandise, Charm, Used... Keine Ahnung. Kann ich nichts mit anfangen. Und das hier? Und Activate, Cannibalized Cells... Keine Ahnung. Werden wir hier bestimmt herausfinden. So. Stopp. Äh, da reingucken. Was haben wir hier? Haben wir noch eine Energiezelle. Zack. So. Plopp. Das geht natürlich nicht. Äh, Mann. Die muss wahrscheinlich hier bleiben. Die braucht vier Slots. So. Und Wine White. Ich würde mal kurz gucken, was passiert, wenn ich das trinke. Okay, es gibt hier auch noch Panzerung, Torso, Legs, alles klar. So. Dann denke ich, haben wir hier alles. Was haben wir hier? Neutral Drink. Trinken wir auch gleich. So. Da ist nichts mit drin. Alles sehr suspekt, alles sehr suspekt. Alles sehr suspekt. Okay, wir sind jetzt bei über 45 Minuten. Und ich denke, bevor wir hier weiter gehen und uns weiter umsehen, machen wir hier einen Break. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Pamela. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also habt einen schönen Tag. Gebt mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Macht's gut. Und ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020